Und damit, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Livestream-Ankündigung. Und zwar wird es morgen, am Mittwoch, den 30.11. um 19 Uhr, den nächsten Livestream geben. Und zwar ist mal wieder eine Talkrunde angesetzt, weil das Format ja von euch sehr gut aufgenommen wurde. Und ich weiß noch nicht, wie weit wir das, wie genau wir das aufbauen werden. Ob ich wirklich nur da hocke und nichts sage und einfach nur 5 Stunden den Stream laufen lasse und dann wieder offline gehe. 4 Stunden. Bis 23 Uhr setzt sich an. Denn meistens wollte ja jeder, dass ich überziehe. Spätestens 0 Uhr wird Ende sein, weil ich muss am nächsten Tag auf Arbeit. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie ich es genau aufbaue. Ob ihr da seid oder ob keiner da ist. Und wie gesagt, wir können über alles mögliche quatschen. Ihr könnt mir eure Probleme erzählen. Ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Ja, also einfach mal noch komplett unvorbereitet. Ich werde versuchen, in dieses Format noch Struktur reinzukriegen. Aber aktuell ist es noch zu kurzfristig, um zu sagen, dass ich da schon Struktur reinbringen kann, weil ich noch nicht genau weiß, auf was ihr Bock habt, über was ihr reden wollt. Ähm, wenn das Ganze komplett schief geht und gar keiner da ist, dann schauen wir mal, was wir da machen. Das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Dann, äh, äh, spiel mal Mount Your Friends oder so. Oder ich weine einfach 4 Stunden und das war's. Oder wir lassen den 4 Stunden den Stream laufen und keiner redet mit mir. Das kriegen wir schon hin. Also, ne, wenn keiner da ist, dann weiß ich noch nicht und ich hoffe einfach mal, dass ihr da seid. Ja, damit ist alles gesagt. Morgen 19 Uhr. Seid da. Quatsch mit mir. Ah ja, so genau. Und wichtig noch, ihr benötigt Teamspeak. Äh, auf dem Teamspeak müsst ihr vorher euren Ident hochrechnen. Das dauert je nach Rechner so zwischen 2 Minuten und einer 3 Viertelstunde. Das ist sehr abhängig davon, was ihr für einen Ident schon habt. Also, verbindet am besten schon mal auf den Teamspeak, damit ihr für morgen euren Ident oben habt. Damit ihr rechtzeitig drauf seid. Und die IP verlinke ich nochmal im... Nicht im TS. Äh, im... In der Beschreibung verlinken. Naja, ich schreibe die IP mal noch in die Beschreibung, in die Videobeschreibung hier auf YouTube. Und... Ja. Ihr seht gerade noch vor Augen, dass die nächsten Streaming-Former... Äh, die nächsten Streaming-Termine, die euch eigentlich bekannt sein dürften. Es gibt auch noch eine Steam-Gruppe und bleib jetzt, ich laber wieder zu viel. Es ist alles klar. Äh, wir sehen uns morgen. Hoffentlich seid ihr auch salzteilreich da. Und ich sag dann mal, wie immer, tschö mit Ö. Und ich sag dann mal, wie immer, tschö mit Ö.